Herzlich Willkommen Leute zu einem, ja, oh komm, Kevin fand du mal an hier. Ja, herzlich Willkommen zu einem Abschluss von Minecraft, denn ihr habt gestern das Ende der ersten Staffel von Minecraft, der ersten Season von Minecraft gesehen. Es endet in einer kleinen Eskalation. Ja, klein. Auf dem TS hat sich das nachher in drei Teile gesplittet, also ich und Thoram. Kevin, bleib mal stehen. Ja, ich und Thoram uns unterhalten, auf einem Channel, Alec und Roman, die haben mal in Schadig gelabert, und Markus und Rasmus, und er wird keiner miteinander reden mehr. Ja, und in einer halben Stunde haben wir natürlich Battlefield gezoppt. Ja, wo bist denn du jetzt? Ach, da. Und in einer halben Stunde haben wir natürlich Battlefield gezoppt, da haben wir alles Gute, ne? Ja, also wir haben uns ordentlich, das war nur einfach kurz Rage im Spiel, und danach war es mir eigentlich ziemlich egal. Also wir müssen jetzt aber ganz... Ist halt nur ein Spiel, ne? Ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Video, man könnte vielleicht meinen, dass es das nicht ist, ist es aber. Ähm, denn... Also erstmal können wir sagen, dass diese aktuelle Map erstmal beendet ist. Die Map wird nicht mehr weiterkommen, das heißt, ähm, wir werden vielleicht nach Hunger Games hier noch sehen, wie schnell wir hier verlieren werden. Oder wie schnell wir beide verrecken. Ähm. Erstmal, Markus, kannst du auch ankündigen, was du ankündigen wolltest. Ja, ähm, ich werde aus Minecraft, äh, verschwinden. Ja, es ist so, ich hab, äh, nicht, also ich hab auch ein bisschen die Lust verloren. Also erstmal, erstmal können wir ganz kurz sagen, das hat nichts mit der Aktion gestern zu tun, das war schon seit zwei Wochen geplant. Ja, das hatten wir schon seit zwei Wochen geplant. Das ist gestern war ganz spontan, das kam, hat sich so entwickelt. Wir wollten das alle nicht, wir hatten eigentlich geplant bis Battlefield 4. Noch, ähm, Roman, bitte raus. Entschuldigung, nichts, nichts Persönliches. Ja, ähm, wir hatten das eigentlich schon vorher geplant, wir hatten geplant, wir nehmen noch zwei, dreimal auf, also dass das quasi bis zum 31. Oktober, wo Battlefield 4 rauskommt. Und dann hätte ich, wollte ich noch sagen, dass ich dann noch verschwinde und so. Und, ähm, ja, dass das jetzt so eskaliert ist, hatten wir nicht, äh, geplant, das kam ja ganz spontan. Und deswegen, ähm, haben wir gesagt, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ich jetzt schon verschwinde. Wir werden auch jetzt erstmal mit Minecraft eine kurze Pause machen. Ähm, aber ich dachte, dass wir nicht noch weitermachen und dann Marcus wird erstmal auf jetzt. Ja. Und, also ich, Tore, Adik, machen wir auf jeden Fall weiter und Niklas hat auch gestern gesagt, dass er wieder da weiterhin dabei ist. Halt aber nicht jedes Mal, aber öfter mal. Ja, merkt er ja auch selber, ja. Also ohne Marcus weiter, ich und Tore werden aufnehmen. Ja, abwechselnd dann, ne? Bei mir liegt es auch nicht mehr wie früher, für die es noch kennen, also bei mir ist es mittlerweile auch ruckefrei. Ja. Und, ja, wir werden eigentlich komplett neue Map anfangen, alle auf Null, damit auch wieder, sag ich mal, fair ist. Auf der alten Map hatten wir eh schon, also wir haben eh überlegt, dass wir wirklich, wenn Marcus aufwärten, dass wir eh nur anfangen. Ja. Ich dachte, es wird dann, wo bist du, Calvin? Lass es mal. Äh, lass mal auf die kleine Insel da am Wasser, siehst du die? Ja. Warte hin, Gott. So, also, ähm, können wir weiterreden. Ähm, also jedenfalls, wir werden eine neue Map anfangen, ganz normal in Minecraft kommt weiterhin täglich, ab dann. Und das in frühestens zwei Wochen, spätestens einem Monat, würde ich sagen. Dazwischen geht es weiter, also es geht bald weiter, auf jeden Fall, mit Minecraft. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch noch mal so eine Erklärung, kleine Erklärungsfolge, wenn es nicht viel zum Erklären kommt, so, lass mal losgehen, ne? In die Richtung, oder? Äh, ich würde sagen, einfach mal hier rüber an den Bäcker. Ja, ja, lass einmal rüber. Recheln wir in den Sumpf. Ja. Ja, ja, lass mal die Schweine strecken, ne? Ja. Ja, ja, ich nehme mal den da vorne, der ist einfach. Und nicht sprinten immer, ne? Ich fange schon wieder an zu sprinten, ne? Oh, jetzt eine Höhle. Die reiten ja schon wieder. Bauen wir den Baum, aber geh mit deinem bisschen Holz, okay? Ja, ja, ich gebe ich dir. Oh, Leben ab. Ja, geil, da kommst du schon eine Lehmbude bauen. Hast du auch mit 32, äh, startest du auch schon mit 32 Schneewellen, ja, ne? Ja, äh, normal. Aber mit Schneewellen kann man irgendwas machen, glaub ich, oder? Mache ich den Schaden, oder so? Nee. Irgendwas, irgendwas dringend Schneewellen, aber hier sind nicht unten. Ja, kannst du gegen den Enderdrachen kämpfen. Wenn du im Hangar Games den Enderdrachen besiegst, dann hast du Swag. So. Alter, ich bin richtig schnell, was denn hier los? Jedenfalls nochmal, also jetzt mal zum Abschluss, also wir machen weiter in Minecraft, Markus steigt erstmal aus und wir haben einen kompletten neuen Map an. Neue Map, alles weg. Ähm, wenn ihr die alte Map mochtet, dann tut es mir leid, aber, ähm... Markus, Markus, wer die euch, äh, wer die haben möchte, Markus, wer die euch persönlich im USB-Tik vorbeibringen. Ja. Also Download-Fitness-Alpen-Modisch, Markus, die euch vorbeibringen. Ja, genau. Ich, äh, bringe ihn auf Diskette aber nur. Ja, ich hab nur Diskette, ohne Scheiß, Mann. Ohne Spaß. Ja, ich glaube, ich habe auch noch immer hier liegen. Ähm, also... Copylist. Ja, Floppy, eine schöne alte Floppy, ja, ja. Wenn ihr ein Laufwerk habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, dann ist euer Rechner sicher antik. Nein, ich bin die Kommentare. Ne, ne, Spaß. Also, wie schon gesagt, es wird weitergehen, ja. Ja, auch ohne mich, ich werde mich dann auf Battlefield 4 konzentrieren, ne, es ist ja ein Singleplayer und ein Multiplayer, zumal ich habe direkt Premium-Anfang, das heißt, ich will ein hochwertiges und, äh, meine ganzen Elan da reinstecken, damit ich auch gut bin da drin, denn... Ich werde dich, Markus. Ich habe nicht viel Zeit zum Zocken und wenn ich dann jeden Freitag quasi in der Minecraft-Aufnahme dann rumschimmel, dann... Äh, auf 45 Sekunden soll man ein bisschen... Alter, ich bin so schnell, ich bin so schnell, wuuuuh! Lass mal die Schafe mal killen. Markus, da du ja fast noch Wochenende aufnehmen kannst in der Schulzeit. Ja, ist so. Und deswegen, ich brauche den Freitagabend. Ich brauche den Freitag... Wir können mal sagen, Markus werde nicht immer weg sein, der kommt auf jeden Fall wieder. Ich komme auf jeden Fall mal wieder. Aber nur, sag mal, sag mal, mindestens sechs Aufnahmen sind wohl nicht dabei vermutlich, oder? Da denke ich wahrscheinlich noch mehr. Also, ich würde sagen, dieses Jahr kommst du nicht mehr dazu. Ne, und vielleicht auch den Anfang des nächsten Jahres auch nicht. Ja, auf jeden Fall, Markus kommt wieder. Ja, aber das dauert noch sehr lange. Also macht euch keine Hoffnung. Ne, ne. Ja, und macht euch auch keine Sorgen, Markus, hortet nicht mehr den Server hier, wenn keine Leute mehr gebannt sind. So, Kevin, lass jetzt mal ein bisschen verpissen. Also, es wird kein Tag mehr geschrieben, wenn keine Leute mehr gebannt sind. Ja, und ihr könnt euch jetzt euren eigenen ruckelvollen Server selber basteln. Ach, Kevin, du hast schon. Äh, Markus, wenn wir zu dritt sind, läuft das ja. Nimmst du den Köpfen doch hin? Ja. Kommt, kommt einer hinter uns, dreh ich mal um. Ich hab schon wieder... Ja, ich pass hier aus. So, dann lass mal in der Höhle gehen oder so. Wer die Hungergangs vorhin guckt, der weiß, aber das werden wir nur zu dritt sind, dass ruckelfrei läuft auf jeden Fall. Ja. Alter, du bist so schnell am Anfang, bist du auch so schnell? Ja, ich glaube, deswegen haben wir unseren Perk da, ich mal. Also, unser Klasse, die wir ja nicht ausgewählt haben, ob wir eine Random-Klasse haben, dann werde ich die nie auswählen. Hä, es gibt Klassen? Ja, es gibt auch Maria, Reiter, ich glaube, und es gibt auch Springer. Und ich glaube, das lässt man manchmal so hochspringen. Da kann es irgendwie 10 Meter hochspringen. So, wo gehen wir mal hin? Ich würde sagen, wir in der Dschungel, da sind wir immer geschützt, haben Holz, da wurden wir uns ein bisschen roten. Und ich renne schon wieder. Ich auch, ich hab schon wieder kein Leben. Oh, nein, ich renne schon wieder. Also, wir suchen mal am besten mal eine Höhle, ne? Oder oben? Ja, Holz haben wir schon mal. Ich hab mal kein Schwert, sollten wir vielleicht mal bauen, ne? Ich hab mein Holzwerk gebaut. Ich nicht. Mach ich jetzt mal gerade. Ich muss noch kurz, ich muss noch ein Investar mal sortieren, das alles bisschen durcheinander. Also, jedenfalls auch nicht, wie Sie sich wundern, es ist halt nur in-game, dass wir uns ein bisschen am Brüllen, dass alles gesetzt wird. Ja, das ist alles Spaß, Leute. Und die kurzen Emotionen, die hat man halt, weil man, ne? Oh, Gott, that night, that rage, ne? Allein, zu deinen Garten an, band ihn einer. Eine Minute später. Wie, du, ist immer noch da! Ja, das war einfach auch nice. Das hab ich mir jetzt 10 Mal nochmal anguckt, wo ich das so lustig fand. Könnt ihr gar nicht, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich fand das so lustig, ja. Und dann wurde ich auf den Marken von dem Server gebannt, dann hat Tore mich nachher entbannt und... Ne, ich hab dich entbannt, weil der Tore nicht wusste, wie das geht. Ja, jedenfalls, äh, ja, Tore... Kevin, das ist sehr schlau, sich im Sand runterzubuddeln. Ja, weiß ich nicht. Tore meinte zu mir... Ach, ich wollte noch eine Schaufel machen, kacke. Markus, Tore meinte zu mir, komm, ich bin gebannt von Markus. Dann hat Tore ja nicht weiß, wie das geht. Markus will ich nicht entbannt. Wat? Wie bitte? Ich hatte dich sofort entbannt, sofort. Ich kam, ne, hast du auch, aber ich kam nicht auf. So, Kevin, dann lass mal den Barbo ran hier. Oh, Eisen? Ja, dann gönn dir mal. Ich will aber, ich will weiter runter. Du kannst mal weiterbuddeln, ich nehme das Eisen mit. Ja. Ich buddle mal weiter runter, du kannst das Eisen... Oh, Kohle! Nice! Oh, Diamanten! Ich will sagen, die Kugel noch nicht oben mit, da wird mir die irgendwie auch weiter. Ja, ja. Ach, ist wieder Unwetter draußen. Clashboombang, wieder am Start hier. Ich habe ein bisschen zugebaut, ne? Also wir haben kein Essen, oder? Bisschen wenig, ne? Ja, ich habe zwei Schweindinger, aber wir haben keinen Ofen. Ich habe drei. Ja, wir können uns gleich einen Ofen bauen. Ja, mach du mal einen. Ja, ich will erstmal die Kohle hier abtragen. Der macht man zwei Eisen? Die sind mehr Eisen? Ich kann, bau dir mal ein Eisenschwert davon. Das ist immer wichtig. Wir können beide ein Schwert machen. Sehr nice. Ich baue mal zwei Stück, ne? So, ich baue mal einen Ofen hier. Ich drücke mal den Kompass hier. Gut, mal wissen, von wo werden welche jemanden kommen. Ja, ja. So, ich baue mal... Hast du die Craftingbox? Hast du die da oben hingebasst? Achso, der Kompass zeigt auf dich. Super. Kevin. Was? Ich will da... Geh mal ein bisschen weg. Achso, ich muss erstmal das Eisen trennen, ne? Ja, ich würde ja gerne einen Ofen bauen, aber du stehst vor der Craftingbox. Ich baue da einen Ofen. Nja. Nja. 15 Cola haben wir schon wieder. Nice. Ach, Kevin, doch nicht in Sand. Hier hin. Bau mal hier hin. Roman, Roman. Nein, Roman, es geht jetzt nicht. Du brauchst mich nicht die ganze Anstupfen. Ich bin fame, Mama. So. Markus, mach du mal die Kohle. Ich schreibe nochmal Roman an, was er nicht kommen soll. Warte, was er nicht kommen soll. Obwohl. Ich versiebe uns mal raus, okay? Ja, mach das. Oh, geil, den Duke Nukem Stimme. Portal. Ha. Aber die fand ich mir diesmal ein bisschen zu schräg. Aber wie weit sollen wir noch runtergehen? Sollen wir ein bisschen gehen wir noch, ne? Ja, nehmen wir jetzt gleich das Essen raus, damit ich das mit dem Eisenrand fangen kann, ne? Ja. Ich brauche aber auch gleich wieder was Essen. Ja, kann das mehr haben. Wir sollten nochmal, wir hätten nochmal mehr Essen holen müssen, glaube ich. Oben zugemacht? Ja. Ja. Gut, dann brenne ich mal das Eisen direkt. Oh, direkt noch mehr Kohle. Nice. Hier, Markus, Essen. Ich schmeiße schon mal einen hin. Ja, wir haben drei, eben Dreier. Weil ich habe nur noch zwei Essen oder drei. Ne, zwei noch. Aber ich habe noch richtig viel Holz. Also, wenn du was brauchst, ne? Holz habe ich auch noch. Oh, hier ist richtig viel Kohle. Ja, wir haben direkt viel Kohle, Digga. Da kann man schon richtig viel verkaufen. Achso, vielleicht kommt der in der Zwischenzeit mal auf der Hunger Games mal wieder. Ja, da kann der Hunger Games bin ich auf jeden Fall nochmal dabei, da. Weil da habe ich auch eine neue API angefangen, für die, die gesehen haben die Folge. Da ist immer noch die einzige Folge in der Playlist, sag ich mal. Ja, jetzt haben wir ja den Zweiter. Und das geht denn? Ne, das kann, das würde ich sagen, mal, was fangen wir an. Ja, okay, das packen wir in die Special. Mensch, ja, dann können wir mit Hunger Games nehme ich gerne ab und zu mal mit dir auf. Wenn wir wissen nicht, was wir machen sollen, dann... Markus, wir brauchen hier mal Licht. Wir brauchen mal eine Fackel. Ja, ich baue ja gerade ein bisschen Kohle. Ich mache schon eine Fackel. Ja, dann baue ich mal eine Fackel. Ich habe ja Kohle aus hier oben geworfen, die liegen da. Aber hier unten ist so viel Kohle. Ich brauche mal hier ein paar mehr Fackel, ne? Ich muss ja die Mucke leiser machen, ganz ehrlich, ja. Ja, ein bisschen dunkel ist es schon. Aber Leute, es ist halt Hunger Games, ne? Da muss man mal ein bisschen hungern, ne? Ach, ist ja nicht alles so toll. In Afrika haben sie auch überall nicht über Licht. Oh, Licht. Iiii. So, ähm... Ja. Haben wir eben alles gebrannt hier? Markus, ein Eigenschwert? Ja, ne, habe ich nicht. Willst du nicht? Doch, will ich haben. Muss doch sein. Ja, müsste sein, danke. Yo, ich habe defensiv, Chaveu. So, ach, Quatsch. Ich müsste mir am Mike davon so einen Defibrillator geben. Fahr mal, geh. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Ich auch nötig. So, ich würde sagen... Opsala. Ich würde mich noch irgendwie da hochkommen, oder? Ja, gut, ne? Hast du noch eine Spitzhackel? Stark gebaut, Markus, stark. Ja, gut, boah. Ja, du hast dich doch da reingebaut. Iiii, du hast doch hier runtergebuddelt. Schau mal, Markus steckert schon wieder. Ich steckert gar nicht. Bin voll gechillt, Mann. Achso, wir sollten jetzt, da er sich nicht wehren kann, mal die ganze Schuld vom Season-End auf alle kriegen, oder? Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, sahst du die Druckplatte, hast du hingesetzt, ne? Nein, ich habe sie nicht hingebaut, ich schwöre. Äh, ganz ehrlich, jetzt, das kann ich ja sagen, jetzt ist eh vorbei. Wusste der Tore, dass ich... ...heiß Druckplatte hingebaut und Tore wusste nicht, dass du da TNT hingesetzt hast. Und das kannst du auch zugeben, jetzt. Ja, ich habe das hin. Klar, das habe ich auch in der Folge schon zugegeben. Ich habe damit gar kein Problem. Ich habe da gebannt, ich weiß es nicht. Ja, ja, da kannst du, musst du dir die erstmal angucken. Ich habe ja erst heute, bin ja erst gerade am Hochladen, ist gerade meine Hochladeeskalation. So, warte mal, was wollte ich jetzt? Nein, ich habe, ich habe da, ich habe da wirklich keine Druckplatte hingebaut. Dann würde ich auch jetzt sagen, jetzt ist es eh egal. Aber ich habe da keine Druckplatte hingesetzt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wichtig zu sehen, Folge... Die letzte Folge. Die letzte Folge ist sehr entscheidend. Da beenden wir unser Minecraft-LP und die ist auch ziemlich viel Rage am Start. Ja, Markus, das ist die Folge danach, weil die letzte Folge nicht gesunden hat. Folge danach. Ja, Markus, die lädt sich als 241 hoch, dann, wo wir sind, jetzt weiß ich nicht. Ne, 231, ne? 31, ja, das ist die, das war auf 191, die Erklärungsfolge. Ja, die, die gestern kamen, die, die gestern kamen, ja, die, die, die gestern kamen. Kevin, darf ich mal kurz durch? Ich brauche dann weiter runter, ja. Ach, das ist mir so ein Sonderwünsche, ey. Ach, denn. Oh, ne, ich könnte euch mal einen kleinen Ausblick geben, was ihr in der nächsten Saison erwartet. Ihr erwartet hochklassiges Gameplay. Und ne bessere Map, Alter. Alter, ich hab ne Höhle gefunden. Ja. Noice. Also, wir werden die Probleme geben, wenn ich neben dem Sumpf sein. Wir haben ne Höhle. Nein. Ja, wie ich aber... Ihr könnt erwarten, Alex baut eine Sandburg, hat er schon angekündigt in der letzten Folge? Ja, das Kindergartenkind. Sandburg bauen! Nein, der Witz. Ach, geil. Ja, wenn er Alex wenigstens, ich bin ja froh, dass er überhaupt mal was baut. Ja, na, toll. Schon ein Fortschritt für ihn. Hat er in der letzten Folge mit angefangen. Ach, das war ja... Ziemlich früh. Alter, mach, wie viel Kohle ist hier, verdammt. Hier unten ist ne Höhle. Oh, oh. Oh, oh, Creeper. Schöne Marken. Aua. Aber sonst läuft er unten, ne? Ja, ja, alles stabil. Ich brauch mal, ich brauch mal ein paar Fackeln, Kevin. Komm mal runter, Alter. Hier ist der Real Shit. Hier ist sogar Eisen und alles. Hier ist Eisen und alles. Kevin, komm mal. Hier ist so viel... Ne, lass die scheiß Kohle da. Hier ist genug Kohle. Oh, hier ist sogar Lava. Guck mal, hier könnten wir sogar Obsidian kriegen. Oh, da müssen wir... Ja? Das machen wir nachts auf, wenn wir mal aufschlecken, ne? Ja. Aber lieber... Lieber nicht sagen, unser auch nicht nimmst du dazu. Ernst. Kevin, ich brauch mal... Oh, Gold. Gold, da können wir uns eine goldene Rüstung mitmachen. Gold. Wo ist Gold? Ja, du musst mal in die Höhle kommen, Digga. Ich bin der, Digga. Hier ist gut viel Eisen. Wo bist du denn? Da hab ich schon ein paar Hände gestellt. Ja, ich sehe gerade hier. Guck mal, bei dem Wasserfall. Hinter dem Wasserfall. Hier ist Eisen. Wo haben wir unseren Ofen? Bauen wir einen neuen Ofen, Kevin. Wo du auch einen Ofen? Wo du da selber einen neuen Ofen? Ja, keine Ahnung. Ja, okay, ich brauche eine neue Workbench. Wo ist Gold? Das ist ja sehr wichtig. Gibt's ja auch Eisen oder sowas, oder? Ah, meine. Ja, ich hab alles Eisen gerade schon abgefärmt. Ja, gut. Der Bau... Ja, hier ist die Workbench, motherfucker. Und dann... Bauen wir mal einen Ofen. Bauen wir mal einen Ofen. Ich baue mal. Ich baue mal... Aber ich hab da oben noch Kohle dringelassen, ne? Ja, ja, lass mal drinnen. Wir haben hier so viel Kohle. Wir brauchen es nicht. Wir haben es nicht nötig. Kohle ist nicht nötig. Kohle ist nicht nötig. Ja, sehr nice. Okay, dann... Ich darf nicht sprinten. Ich wollte direkt... Ah, dahin ist noch Eisen. Nice. Ich geh mal erst das Eisen ein bisschen lenken. Ich bin... Ich bin das Evil Fick. Ich bin hier in der Höhle und ich bin eine Ente. Kann ich dich vielleicht essen, wenn wir nichts mehr haben? Alter, Markus. Guck mal, äh... Guck mal, das ist noch mehr Eisen. Guck mal, Markus. Wie viele Spieler noch drauf sind. Nice. Wie viele sind denn noch drauf? Guck. Oh! Okay, wir haben gewonnen. Kevin weiß, wie viel Eisen hier ist. Da kann uns dann ganze Eisenrüste mitbauen. Dann so wenig Spieler. Ich werde irgendeiner davon, dass eh wie ein Hacker. Ey. Ja, wie letztes Mal. Verzauberte Dier-Rüstung. Lulul, ne? Hohensöhne. Pilze! Ja? Oh. Und Eisen. Und Kohle. Und Filet. Und Creeper. Markus. Now I'm going to die. Lapis Lazuli, Kevin. Lapis Lazuli, Alter. Da können wir uns noch mega Rüstung mit draus bauen. Oh. Favorisiere eher die Lederrüstung noch. Die Leder? Du stehst eher auf Leder. Ja. Haut eng. Ich finde das schon witzig, dass man dir färben kann. Das haben wir letztens auf YouTube gesehen. Wie echt witziger aus. Ja, ne? Ja, Lederrüstung färben, ne? Alter, wir sind ja hier vier Skeletten in der Höhle. Du ordnest schon wieder ein. Ich hab noch keins gesehen. Ich war jetzt erstmal Eisen. Hä? Ich hab auch noch Eisen gefunden, ja? Ich glaube, unser größtes Problem wird das Essen sein. Ja, wir können auch wieder rausgehen, hier. Ja, wenn wir gleich das Eisen gebrannt haben. Ich guck nochmal ein bisschen in der Umgebung. Ich geh mal runter, kurz. Kohle, 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 Eisen. Was ruckelt die Scheiße denn hier so? Na, Hunger Games. Ich rufe immer ein bisschen, irgendwie. Das sind ja nicht so die Premium-Server, ne? Oh, hier ist so viel Eisen, Kevin. Läu, 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 Läu. Fest mal. Fünf Minuten, schaff' mal. Um wen? Ja, ne? Wollt ich sagen. Hier ist so viel Eisen. Wir haben so viel Eisen, Kevin, ne? Ich hab jetzt 13 Eisen. Ich hab noch mehr Eisen. Ich hab zehnmal mehr, Kevin, als du. Aber jetzt noch zwei Diamanten wär richtig geil, denn die man schürt, ey. Da ist so ein Zombie. Hö, wo ist der hin? Warte. Markus? Alter, macht er mir für Schaden. Markus, der Kompass schrecklich auf dich. Ja? Echt? Meinst du, das ist ein Spieler? Wollt mir fast tot, Kevin. Ich hab nur noch drei Herzen oder so. Echt? Ja. Was machst du da? Ja, die machen voll viel Schaden, Mann. Was denn? Also wenn ich gleich sterbe... Was machst du denn da? Ja, Eisenfarm. Das macht so viel Schaden. Da war grad ein Zombie, Mann. Ah, der macht jetzt drei Herzen runter, ein bisschen schwach, ne? Halt, die sind so viele Zombies. Oh, das wollte ich nicht bauen. Wo bist du, Markus? Ja, weiter durch. Ich hab hier ein paar Fucker hingestellt. Ich muss... Die sind im Ofen, ne? Ja, ich hol mir jetzt alles Eisen, was hier ist, ne? Das müssen wir... Also das würde ich mir wenigstens gönnen. Ein bisschen Vorteil müssen wir schon haben. Markus? Ja? Ich warte hier im Ofen, passen bitte auf, dass ich mich auch einmal ein Spiel um die RG schütteln kann, ne? Okay, jetzt zeigt mir, kommt das wieder auf dich. Nice. So, ich guck kurz, ob hier noch was ist. Jetzt nicht mehr. Ja? Jetzt einfach nicht mehr. Ob ich über uns einer mag und über uns einer, glaube ich. Ja, ich komm. Über uns aber noch. Also, ich stehe mit Schiff neben dem Ofen, ne? Ja, ich komme jetzt mal. Kann er uns da trotzdem auf dem Kompass sehen? Kompass klar, aber er sieht nicht den Namen. Und wenn wir unten sind, dann weiß ich nicht genau, wo. Ist er über uns, meinst du? Ja, wenn ich nach links hoch ist, ist er falsch. Okay, ich bin jetzt wieder da, Kevin, ne? Ah! Ich will gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, wie viel Eisen ich habe. Komm, hinter dir. Hinter dir. Oh, oh. Hat er. Ja, denn ich bin ziemlich im Arsch. Hast du noch mal zu essen? Ja, aber nichts. Doch, ich habe noch zwei. Kannst du mir eins geben? Ich muss ja noch brennen, Moment. Ich nehme an den Kompass. Ja, aber erst mal. So, hier, Markus. Alter, wir haben so viel Eisen. Wir haben jetzt noch 48 Eisen drin. Oh ja, super. Hast du mir direkt alle beide gegeben? Ja. Ich brauche, ich habe volles Essen im Moment. Ich nicht. Du musst erst braten. Oh, oh, ach du Scheiße. Okay, das war jetzt ein Fail. So, warte mal. Scheiße, Mann. Ich bin so blöd. Markus, gib mir mal das ein, was du fertig hast, dann kann ich schon mal, wenn das was klappt. Oh, mach du. Baust schon mal Rüstung, also. Ne, du warst du mal. Erst mal raus. Ja. So. So, ich würde mal sagen, das Essen top, ne? So, ja. Ich würde jetzt da mal als Essen verballert. Oh, da oben ist noch Eisen. Haben wir übersehen. Ich habe beide schon mal im Kopf jetzt. Aber ich kann schon mal für beide Spur machen. So. 48 Eisen haben wir noch. So, ich habe jetzt für beide schon mal Kopf und Schuhe. Die kann ich schon mal hinschmeißen. Einmal. So. Und hier haben wir doch in Fliegen des Hangar Games eine Erklärung zu machen. Alter, wie schalte ich mein Entweder mit dem Hut aus. Ist voll geil. Na, jedenfalls Hangar Games zu machen, denn, äh, hätten wir was anderes gemacht, hätten wir uns ja bekriegt. Ja, deswegen, wir wollen noch nicht wieder auf den Server gehen, weil das ist ja dann teilweise unfair für manche und die regen sich dann auf und so Tore zum Beispiel. So, egal, ich bin doch eh nicht mehr weiter. Ja, ja. Aber ich meine, ich wusste, was wir da machen. Markus hat er halt gerade ja den letzten Folgen, also am Ende noch mal gezeigt. Ja, ich hatte eher so kurz, war ja kurzer Drüberflug. Vielleicht geben wir irgendwann noch mal raus, so als ich berg mir mal. Ja, mal sehen. Das wird sich zeigen. Ich habe nochmal fünf Eisen wieder gefunden. Ich bin ja fest, mal scheiß mal drauf, ne? Ja, ja, ja. 48 Eisen. Ah, fest mal gibt es halber Diamanteil, ne? Ach, komm, Liolo. Ich gucke mal gerade der Kompass. Cubeman 5. Cubeman 5. Cubeman 5. Ja, 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 ist gut. Gut, ist gut, wir müssen jetzt nicht zuscheißen. So, du weißt, wie man die ganze Scheiße baut. Du baust dann uns mal ein Harnisch, ne? Wenn wir das dann haben. So, ich habe mich schaut mal auf die Klicks. Das bringt ja auch sehr viel. Ja. Sollen wir uns ein Goldschwert machen? Wie machen wir noch mal eine Hose, Markus? Ich glaube, einmal außenrum, außer unten, weißt du? Außer unten in der Mitte. Das heißt, für eine Hose braucht man sieben, ne? Ja. Für den Oberteil braucht man acht. Lass ja lieber einen Harnisch machen, oder? Kann man beides machen, glaube ich, oder? Guck mal, sieben. Oh Gott, sieben und acht. Wir brauchen acht für den Oberteil, oder? Mhm. Das heißt, das sind fünf, die Proversion 30. Wir haben noch über 50. Ja, dann machen wir uns dann, starten wir uns danach mit Eisen-Schwerter noch aus, würde ich sagen. Haben wir noch schon. Einen Eisen-Pick-Axt? Ja, das war noch nicht schlecht. Aber dass wir so viel Eisen finden, hätte ich echt nicht gedacht, muss ich sagen. Oder wir machen einfach nur mal einen Eisenblock, um damit rumzupreien. Und gleich, wenn ein Spieler kommt, hier, YOLO. Schau mal in meinen Klunker. Wenn wir so eine Eisenkette machen müssen, also die Diamantkette machen müssen. Yo, man. Motherfucker. Ich soll nicht so viel sprinten. Mal ausleuchten hier. So, ich habe jetzt eine volle Rüstung. Ich mache hier noch eine. Ja, wir warten ja. Ja, und sonst? Ja, und sonst, ne? Ist eigentlich ganz schön hier. Also das Plätschern des Wassers, finde ich... Ich habe mir überlegt, sonst... Also ich hätte auch mal Bock, ob wir auf eine Dschungel, wir haben einen methodischen Marken, wir haben einen großen Baum ausgebaut. Eigentlich können wir die auch weiter machen, da haben wir nichts gemacht, außer einen Baum auszugehen. Nee, Kevin, wir fangen eine neue an. Und dann bitte macht auch mal drei Versuche, oder so. Haben wir jetzt mal auch, wir haben mehrere Versuche. Wenn man immer dreimal eine Eiswelt... Ja, Eiswelt will ich auf keinen Fall. Eiswelt ist richtig verhindert. Das nicht. Ehrlich. Und die Sumpel verhindert. Und deswegen waren da nicht eben so, wir waren nur Amsirungsmache. Du siehst ja auch unten, ne, Kevin. Wenn du das nicht ausgerüstet hast, dass die Nadel auf dich zeigt, ne? Also quasi, wenn du dich drehst, der rote Strich, ne? Ja. Wenn du das nicht willst, dann haben wir ein Problem. So, und? Du musst einmal klicken, damit die sich wieder umgeneriert werden. Ja? Also, jetzt zeig dir nur auf die Person, die du einmal angeklickt hast. Wie viele sind da überhaupt? Ah, wir sind noch, noch drei Gegner haben wir noch. Kannst du mir nach... Jo, super. Ist schon mal ne Hose? Ja, und jetzt Oberteil noch. Ich hab ja schon alles. Ja, gut. Was haben wir mit dem Rest, den Eisen? Pickaxe und nur ein Schwert, würde ich sagen, oder? Ja, Schwert, glaub ich nicht, oder? So schnell nutze ich's den Eisen schon. Ja. Aber wie gesagt, gehen wir immer essen, was anderes brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Ja, und dann wieder hoch. Unser Weg, glaub ich, zurück, ne? Und wir jagen, da immer Gegner. Ja, und dann Gegner snacken. Oder wir haben die Taktik von den letztes Mal, ne? Verbuddeln, Diabatik, Fütten, Verzaubern. Ja, ne, so Mongo-haft kämpfen wir auch nicht. Wir müssen erstmal runter, klar, und ein bisschen aus dem Stress raus. Und dann ein bisschen, äh... Oder meine komplette Eisenrüstung ist schon nice. Und dann Eisen-Pickaxe. Ich packe schon mal die Steine weg. Die... Schaufeln vielleicht wär auch noch gut. Schneeball, was? Wofür ist der Schneeball da? Kann man aber Gegner absch... Ja, wir müssen irgendwas reden, Markus. Ja, wofür sind Schneebälle da, Mann? Oh ne Scheiß, ey. Bring irgendwas, ich weiß noch nicht mal was. Irgendwas bringen die bei Hunger gehen. Was ist denn, wenn du verrottetes Fleisch kriegst? Da kriegst du Hunger mehr davon, ne? Ist eigentlich schlechter, oder? Aber wenn du gar nichts machst, bringst du jetzt aber noch etwas, weil du nimmst ein paar Sekunden dein Leben generiert. Aha. Und Kevin, wie viel haben wir schon? Wie lang? Einen, dass du noch gar nicht den Oberteil machen, aber den Rest bis ich rotzendet brennen, erstmal, ne? Ja, klar. Dann bleiben wir noch hier. Ja, und gleich geht die große T-Wort. Das heißt, Locker Crash Challenge, ne? Ach, die läuft heute, ne? Ach, die wollte ich ja gucken, sogar. Halbe Stunde, ruhig drauf mal rein. Nebenbei, irgendwas schuldigend am PC zu haben, weil ich finde, irgendwie so, äh, Filme und so, ich bin echt einer, also es gibt ja viele, die ich auch kenne, die gucken wirklich Filme und so, ne? Ohne irgendwie, und nebenbei noch auf dem Handy oder auf dem iPad oder irgendwas zugegangen wird, das kann ich nicht. Lass mal, lass mal, lass mal schreiben, arbeitet ihr jetzt zusammen, oder so? Ja, warte mal, Markus. Wenn ich irgendwie einen Film bin, dann bin ich voll drauf konzentriert, ne? Kannst du schreiben. Aber irgendwie, wenn ich eine Sendung koche, der ist halt egal, die bin ich ganz nah nebenbei im Rechner oder so, oder? Markus, du auch? Ja, ja. Also ich gucke, also Filme gucke ich nicht. Also ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen, ja. Oh, ich hab die also schon. Ja, ich meine, wenn auch Filme guckt, ich meine, ich gucke sie in Ruhe, da bin ich bis nebenbei noch auf Facebook oder irgendwo zugegangen. Na, ich gucke also die relativ in Ruhe, ich nehme mich dann zurück. Also ich gucke aber gar, ja, also, ich gucke auch relativ wenig Filme, weil ich halt YouTube, ne? Ich gucke halt ein paar Let's Plays, wie gesagt, und dann hast du abends noch nicht mehr viel Zeit, dann ist halt vier, fünf Filme dann nicht mehr drin, ne? Aber wenn irgendwelche Sendungen laufen, sag ich, hab ich sehr gut, Halligalli oder jetzt Docker. Ja, das könnte ich dann auch schon gucken. Das gucke ich dann mit Livestream, dann glaube ich. Hab ich ihn aber nebenbei am Rechner, also da kann ich nicht in Ruhe jetzt irgendwie mich da dreifeln hindert und das gucken, genau. Ne, das können die auch nicht. Da bin ich auch noch aufhören zu drinnen. Aber ich rede da nicht gerne, weil ich dann meistens nichts verstehe. Na, Rot, Bastocker muss auch nicht verstehen. Ja gut, das ist klar. So. Dann baue ich schon mal einen Pickaxe und eine Schaufel. Da können wir auch mal interessante Teilnehmer, finde ich also White City als YouTuber, ne? Also wir sind auch am Start, machen wir ein bisschen gleich los, ne? Ja, aber ne, ja, ein bisschen haben wir noch. Also das Spielspiel war auf jeden Fall noch zu Ende, ne? Ja, ja, sonst ist das wichtiger. Ne, also White City ist dabei kaum und Sarat hat man eingeladen, aber ich sind nicht, die wollten nicht, weil die auch noch zu treffen, also. Ja, aber ich auch, wenn die sich da was brechen, dann ist da für die dann ein Todesurteil, ne? Wieso? Deswegen dürfen die auch, ja, hör mal, wenn die sich die Hand brechen, was ist dann? Aber so, wen gibt's denn, äh, Hans Zappa ist dabei. Ja, nice. Äh, ja, und der hat die typischen TV-Total-Event-Leute, wie Joey Kelly und so, ne? Ja, die wie immer, ey, das finde ich so. Immer am Start, ja. Aber ich finde das geil, dass die auch mal mittlerweile auf Big Brothers, hier als Simon, das Tue, das ist ja immer YouTuber jetzt auch mal ein bisschen mehr. Jao! Dass YouTuber jetzt einen höheren Stand-Band haben, ne? Da waren es nur noch zwei, zwei kleine. Ach, das wird immer realistisch, also wenn es nur noch einer ist am Ende, haben wir gewonnen. Ja. Das ist natürlich geil, wenn man, wir haben die letzte Minecraft-Folge für diesen Monat, deckt man eine Hammer-Folge, wenn, jetzt bekriegt, heute ist er heute im Team geworden. Haha. Aber jedenfalls, also ich finde, ich finde das geil, dass YouTube mittlerweile, dann mal bekannt geworden in der Gesellschaft, ne? Ja, 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 finde ich auch nice. Auch wenn der Big Brother ist, es ist ein YouTuber. Er ist ein YouTuber? Ja, dieser Timon, das ist, das ist jeder, der hat da. Ach, motherfucking, ich gucke kein Brick Brother, Brick Brother, man. Ja auch nicht, ich weiß nur, wer dabei ist. Ich auch nicht, nur nicht mal, glaube ich. Aber wenn ihr die Minecraft-Folgen verfolgt habt, du wisst ja, die essen Alex hier auf Oliporra. Ja. Oh, oliporra. 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 Ne, ja, hab ich gar nicht. Ja, hier, dann nimm mal. Dann nimm mal da die Stücke. Ich hab so viel, ich hatte 64, mir auch so gesehen gemacht. Drei noch. Und dann haben wir's. Dann gehen wir mal. PvP, Digga. PvP, Alter. PvP, Mann. Cubeman 5. Wer ist der Mongo denn? Oh, eine Ente. Warte, Vereine. Und gleich tot. Selbst mal. Bam, Junge. Bless. Weil du verbrauchst gar kein Essen, wenn du die ganze Zeit noch rumstehst, ne? Das letzte. Ja, ich nimm die Kulischmach aus. So, dann was machen wir jetzt? Wir machen jetzt, du baust jetzt für jeden noch eine Pickaxe und eine Schaufel. Markus, baust du mal den oben ab? Jo. So, jetzt baue ich für jeden noch mal hier. Mit der Faust schlage ich ihn kaputt. Was machen wir denn mit der Schaufel machen? Schaufel brauchen wir echt nicht. Da geht ja auch der Ofen kaputt, oder? Wenn ich mit der Faustschaufel, mit den Handen kaputt kloppe. Ja. Was machen wir denn mit der Schaufel machen? Ja, ich rauskomme. Weiß ich noch nicht. Ja. So. Wenn ich mal die Sache richtig werfen, würde ich hochwerfen, irgendwie oder so, ne? So, wegwerfen, so in die Lava werfen. Hier und hier. Oh, ich glaube, dass das geile Höhlengeräusch kam gerade. So. Hast du alles? So, dann lass mal gehen. Achso. Dann gehen wir mal PvP, Digga, PvP. Ja, ich guck jetzt. Creep Joel. Oh, der ist bestimmt voll creepy. So, ähm. Was ist das denn da oben? Das Holz, Kevin? Das ist ne Mine, ich glaub's ja nicht. Echt jetzt? Guck doch mal. Na egal, was holen wir hier ab? Hab ich auch keinen Bock drauf. So, lass mal. Wie geht's denn hier raus? Ach da, ne? Ich glaub den Fackeln nach, oder? Ja, wie auch lang. Ähm, da lang. Da oben, oder? Ja, da oben. Hast du was hochbauen? Ja. Ich hab 33 noch. Hoppel. Dann geh du mal hoch. Wir haben auch die Tübe und machen. Ja, bauen wir mal kurz zu. Keine Minute hoch. Ich will nie alleine sein. Warte, ich hab halt angeflossen. So, jetzt. Kann ich jetzt? Jo, so. Ich auch am zweiten Weg, aber auch egal. Direkt daneben. Hier hat ein Problem. Egal. So. Was da? Ja. Geh mir PVP, Digga. PVP. Oh je, ne, wir gehen jetzt PVP. Swag, Yolo. Swag, Swag, Ruffelcopter. So, die Kohle nehmen auch nochmal mit. Swag Yolo, ich fuh mir dann auch ein Polo, was? Tja, bau uns mal raus jetzt hier, du Schwein. Marco Polo. Gucken, ob ich dich immer noch cute mein Happy, yo. So. Marco ist Marco, Polo. Aber wir sollen zusammenbleiben, ne? Die anschaltete Zuschauer müssen das kennen. Aber wir müssen erst mal Viecher finden, ne? Wieso? Wir haben noch Essen. Ich hab kein Essen. Wie viel hast du noch? Ich hab voll das Essen, aber ich hab auch nicht mehr mit. Ja, deswegen, ja. Wenn wir jetzt sprinten, wir müssen gleich sprinten und da brauchen wir mal was zu fressen. Aber noch müssen wir nicht sprinten. Ne. Aber immer mal aufpassen, ne? Was sagt denn der Kompass? Was sagt der Kompass jetzt? Was sagt der Kompass jetzt? Was sagt der Kompass jetzt? Ja, ich hab keinen Bock jetzt. Ich lauf mit Schwer drum. Ist auch ein Chicken. Wißt du, du überläufst sowas. Und Schweine? Ja, dann lass uns direkt mal was braten, hier. Dreck YOLO. Oh, da unten hab ich noch eine Schweinerei gesehen. Jetzt verarbeiten wir direkt mal zu schönem Steak. Aber eigentlich macht das halt ja YOSO, ne? YOSO? Wieso das denn? You only thief once. Was ist denn das? Hast du wieder Alberto geguckt? Weiß nicht, hat das mal gesagt? Ah, ich das auch mal gesagt. You only thief once. Was ist das denn? Ich gucke nicht zu viel von ihm. Also ich bin nicht richtig nice, aber irgendwie, ich gucke zu viel, ich muss Abstriche machen, ne? Ja, ich gucke auch zu viel, ehrlich, in letzter Zeit. Aber ich habe jetzt aufgehört, ähm, Dings zu gucken. Hast du noch Hühner? Du tue mal rein. Wer ist jetzt? Im Moment sind Hühner dran. Mit dem hast du aufgehört? Mit, ähm, oh, da ist noch ein Schwein. Mit, äh, Gronkh, ich glaube jetzt, nee, nee, Saints Row, glaube ich. Das ist irgendwie mir... Ich weiß nicht, ob ich flasche. Ich gucke nicht, was werde ich irgendwann noch machen. Äh, also irgendwann selbst spielen. Ja. Aber es wird gleich Nacht. Aber ich kann es mal ankommen, ich werde es nicht empfehlen. Wird es Nacht hier überhaupt auf dem Server? Ja. Okay. Dann kommt auch viel hier. Ja, das wird dann taktisch ungünstig. Wenn wir gebraten im Remble doch nicht, ist doch egal. Also ich, ich, ich habe drei, wie sagst du? Ich habe sieben. Ja, mach es mal rein. Ich behalte mal drei, das reicht mir einfach. Geh mal ein Stück in die Richtung und gucke, ob ich in den Kompass jemanden finde. Ja, ich auch. Tracken. Ja, dann kommen wir in die Augen Richtung, ja. Ja, nein. Ja. Sehr nice. Ja? Leider Richtung. Oh. Ja, der ist bestimmt noch weiter weg, nur wenn... Ich habe auch einen. Jetzt auf Key, den Key, den Key oder was. Ich habe Creepthiol, das passt doch. Ich habe den, den Kiri habe ich. Ja, ich habe Creepthiol. Dann lass die Beile so drin lassen. Bloß nicht mehr Kompass drücken. Ja, jeder ein. Nee, ich habe den weg. Ich habe den leider weg schon. Cheetah, komm raus. Ach, die bekriegen sich gerade, oder? Ever. Du, du Mongo. Mach uns, du Cheetah, ey. Mach uns, bleib in den Ofen. Bloß den oben ab. Nee, ich bin schon noch nicht fertig. We be burning. Oh, das ist so ein schönes Licht in der Landschaft. Uhu. Das ist gleich mal voll dick gegen so PvP, so weißt du, so gegen Viecher, gegen Mobs fighten. Was brauchst du denn da eine Facke hin, du Spacken? Das ist die legendäre... Kannst du das jetzt angeben, oder was? Guck mal, wie viele Facke hin ich habe. Warum warum die Facke da kommen die Homies hätten? Ja, und? Die werden zum Licht angelockt. Ja, und? YOLO. Hier ist der Battleground. So, ich bin fertig, Kevin. Wir bauen jetzt den Ofen ab und dann ab dafür. So, hast du noch auf die Jungs gezeigt? Dann geh mal. Geh mal voraus. Ich habe auf Creepy, du hast auf Kirky, ne? Nee, ich habe das alles wieder vergeigt. Ich habe ja voll drauf gedrückt, dann warst du wieder drin. Ich geh mal kurz nach, ich habe auf Creepy, Joel. Wo ist... In welche Richtung ist denn der? Ich geh auch mal direkt. Da ist wahrscheinlich auch der andere. Also, ich folg dir einfach. Wir können aber wieder sprinten, ne? Voll geil. Ja, ich sprinten lieber nicht. Wieso? Wir haben nur so viel. Trotzdem gehen. Ich will aber sprinten. Komm, wir müssen nochmal zeigen, was wir haben, Kevin. Los. In die Richtung, ehrlich. Geh genau in der Nadel nach. Die fliegt halt immer nach Norden jetzt. Super. Wenn die immer nach Norden zeigt, zeigt die nicht auf den Typen. Wenn die nach oben zeigt, zeigt die nach Norden. Wenn der in den Bogen halt, ja? Dann sind wir mal gefickt. Das können wir noch machen, wenn wir eine Spinne sehen. Yo. War da. Schwimm, frisst du viel Essen? Ja? Bei YOLO. Echt? Hab ich gehört. Ach komm, scheiß drauf. Auf zuverlässigen Quellen. In- Insider-Informativen von Mojang, weißt du? Das mal schreiben, na ihr Spasten. Lass mal nicht schreiben. Weil bei Beleidigungen banne ich die Abmensch, ich kenne da jemand. Oh, guck mal, da kommt jemand. Der mal gebannt wurde, ne? Echt? Ja. Und dann, äh, wer ist mit Ehrer, die jetzt ja gerade gewöhnt sind, aus der Weisemach. Oh, guck mal, Skelett. Oh, das ist nicht gut. Wir schwimmen hier, das ist ganz schlecht. Lass uns mal ein Boot bauen. Wir schwimmen außenrum. Lass uns mal ein Boot. Nein, wir müssen eh da auf Land rücken. Oh, auf welches Land? Ja, da, wo das Skelett steht. Na super. Aber ich würde von hier weiter mit dem Skelett rumschwimmen. Ja. Einfach, dass es mir auf dem Keks fehlt. Spawn gleich eh die ganzen Viecher am Wasser. Das wird eh dich gleich sehen, Kevin, wenn du so nah da ran schwimmst. Im Wasser spawnen keine Viecher. Ja, aber das wird dich sehen, das schießt eh gleich. Ich soll das dir. Ich schiebe nicht, ich entfär mich doch schon wieder. Okay. Ja gut, ist ja gut, Mann. Und da hinten ist das Land, das Grüne, siehst du? Ja, ich sehe das, ich sehe Land. Ja, ich habe geringe Sichtweite, ich wusste nicht. Meinst du, ich habe geringe Sichtweite, oder was? Ich habe 300 Frames auf Extreme. Yo, nur noch einer. So, Kiri. Now, Kiri, you are fucked. Schnee, man. Ich soll mal kurz gucken, wo mein Kompass jetzt eigentlich noch drauf zeigt. Ich zeige mich gar nichts mehr. Jetzt höre ich wieder zu dir, super. Ja gut, aber wir waren in die Richtung, ne? Kiri, now you're going to die. So, Marius, bleib mal kurz da drüben, bitte. Ich soll hier bleiben? Du musst einmal ein Stück von dir weg, damit du auf Kiri spottest. Okay. Nicht antworten, Marius, ich will gar nicht antworten. Allgemein, seid ihr Team. Kiri, ich habe ihn. Hast du ihn? Ich habe auch gerade Kiri gehabt. Kurz, aber jetzt habe ich wieder Cubeman. Willkommen, Marius. So, den ficken wir. Außer, der hat schon eine Dia-Rüstung und so. Was machen... Scheiße, wir sind die letzten beiden, Marius. Was machen wir denn? Ja, dann springen, dann... Verlieben wir den Server. Ja, lass machen. YOLO. Oder, ne, dann gewinne ich, weil ich das letzte Mal an Minecraft spiele. So. Was? Ne, wir machen kein Battle gegenseitig, komm, das ist schwul. Guck mal, da hinten ist Grenze, oder? Da hinten ist schon Landesgrenze. Was schreibt der denn, der Junge, der Jude? Oder hinten ist ein Creeper, oh, oh, oh. Lass mal TNT bauen. Der hat dich hochgebaut, glaube ich, guck mal da oben. Ja, da oben ist er drauf. Und da, da hinten die Grenze, Marius, da ist das fies. Das ist immer so eine Fläche. Alter, fest, fest mal. Aber was hat der denn alles? Und da hat ich hier oben hinten hochgebaut, siehst du das? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Aber machen wir die nächste Zweifel, komm immer her. Ich würde dem Creeper aufpassen, der da war, ne? Ich würde dem Creeper aufpassen, der da war, ne? Lass mal ein Bett bauen. Bam, bam, du respawn. Auf den Creeper aufpassen, man. Ich habe mal keinen Opti-Feind, oder was? Ich bin der, nein. Guck mal, der Ordnung ist ja korrekt, Marius, da liegen wir seinen Stab. Oh, ne, das heißt, dass der, das heißt, dass der einen Bogen hat. Hol dir mal die Sachen mit Marius. Wir sind auch nicht zu zweit, der kann sich so schnell lenken. Ich habe jetzt zwei Kompasse. Wuhu! Ich schicke mal gerade ab, was der für ein Stuff hat, ja? Also guck's mal gerade. Ich hab nichts Sonderes. Der hat einen Pilz, was hat der noch? Markus, die Kompasse hat genau da oben drauf, der ist da. Du hast, er sieht uns, wenn wir da hinrennen. Lass mal hinrennen, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach mal die Kuchen mit denen. Ja, ich fresse erst mal mein letztes Hühnchen. Rät rum drauf, Rät rum drauf. Da ist jeder, siehst du das? Ja, ja, wir haben keinen Bogen. Ne, das ist irgendwie super optimal. Hab ich Fäden? Ah, hallo. Janu. Oh, das war richtig geil, Rät rum. Das muss ich euch schreiben. Lass uns auch mal hochbauen. So neben dem hochbauen. Ne, dann schlägt er uns runter. Scheiße, das ist scheiße, ne? Was bauen? Okay. So, schön. Oh ja, nee, rauchen wir denn nicht. Also, sag mal. Lass mal die Creeper killen und, und, äh... Eben, bei MTD machen. Ja, ja. Ne, lass mal echt mal machen. Was hat er geschrieben? Können draufkommen. Mobs sollen sich erst mal aus dem Staub machen. Ihr könnt... Oh, guck mal, da kommt einer mit einer Eisenschaufel. Das ist natürlich freundlich. Hör damit. Hör damit, du Mongo. Ich komm nicht. Leichtes Ding. Ja, super. Lass mal, lass mal da hingehen. Lass mal ein paar... Oh, Alter, sind... Alter! Ich geh doch nicht... Ich geh doch nicht... Hä? Jetzt bestimmt so ein zweijähriges kleines Kind, äh. Der Tiger steht da, bitte. Ja, ich will da auch nicht hin. Mir hätten Bogen, weil so nice, ey. Ich hab da rausgeleiben. Ja, sollen wir mal ein paar Skelette? Das Skelette hat sicher was, oder? Aber lass mal lieber, lass mal lieber. Du gehst sofort hoch, Alter. Ich will die Spinnen nur haben. An. Normale Spielringe, oder nicht? Was sollen wir jetzt sagen? Was heißt... Was heißt normale Spielringe? Also, ihr killen gegenseitig. Ich... Der hat auf jeden Fall verzauberten Stuff. Ich hab keinen... Hast du Optifine drin? Äh... Nee. Scheiße. Geh mal weg, Kevin. Das sind zwei. Oh, scheiße. Das gehört hier doch nicht. Oh, lass mal... Oh, die Virendatenbank wurde aktualisiert. Danke. Warte, ich hab ne Idee. Was ist das? Wir rennen jetzt beide ganz schnell dahin. Einfach, komm mal her, bitte. Komm mal her. Ja. Wir rennen jetzt beide nach wie bekloppt dahin und bauen uns dann nebeneinander hoch. Und nicht auf dem selben Ding. Du hinten, nicht vorne, okay? Der hat nen Bogen, Mann. Ja, deswegen bauen wir beide voreinander hoch. Er kann sich beide abschließen. Dann kann nur einer abschließen. Einer ist schnell genug. Hä? Und ich soll auf die andere Seite gehen, oder was? Ah, der kommt jetzt runter. Warte mal. Ich seh grad mal strecken hier. Sollen wir den echt killen? Ja, okay, den killen wir. Yolo. Aber lass mal den Creeper holen. Wie viel TNT hast du? Null. Ja, Mann. Wir hätten ihn mit Schneepeln runterwerfen können. Geht das? Ja, klar. Wir sind so blöd. Warte sich grad in den Boden rein, oder was macht der da? Ja, der steht da. So, pass auf. Ich dreh mich mit dem Rücken zu. Und dann gucken, was wir machen. Ja? Wenn der mich angreift, dreh ich mich sofort um und basht den Jungen. Guter, der ist ein Creeper. Ist ein Zombie übrigens. Ja, ich schau. Pass auf, Marius, der kommt. Okay, dann. Dann vertauert das Schwert. Marius, der hat mich anders zu ziehen, okay? Komm her, bitte. Komm her, schnell. Ich geh... Der will uns nicht angreifen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der will auf... Wenn du mich... Wenn er mich schlägt, komm direkt hinter mir, Marius. Direkt hinter mir. Ja, warte, nee. Ich muss hochgehen, warte mal. Der hat gerade... Harte mal, warte mal, warte mal. Der hat gerade... Hier, äh... Wie heißt es? Hier so, ähm... Ähm... Wie heißt es? So dieses Schwert, dieses Blocken gemacht. Das heißt, dass wir uns nicht killen, oder so. Nö, schreib mal Nö, ich pass auf sich auf. Drei. Komm, sag mal, sag mal. Der hat auf eine saubere Rüstung, ne? Hat der ein Eisen oder ein Diaschwert? Diaschwert. Nein. Nee. Eisen. Irgendwer? Ich weiß nicht. Auf drei, ja? So. Drei. Bist du bereit? Drei. Zwei. Eins. Go. Nein! Okay, dann lass stehen bleiben, warte mal. Komm hoch, lass hoch, lass hoch. Nee, 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 Schneebälle. Du machst, du machst lieber dich vor mich hinterher. Bumm. Oh, der schießt Bogen, Alter. Komm, los, Kevin. Nein! Bumm, Digga, Bumm, Alter, Bumm, Bö, Alter. So, was haben wir jetzt? Ja, warte, erst mal den... Ich hab's dem auch. Bist du, wir bauen uns beide hoch? Da fangen, ne? Ja, und springen dann gleichzeitig runter. Nein. Genau, wir töten uns leichter, aber nee, das ist spät, das geht nicht. Ich hab ne andere Idee. Ich will erst mal gucken, was der für Schwerte hatte. Ja, hol den mal am Kram. Aber hol die, hol die... Nichts Verzaubertes machen, das ist unfair. Mama! Ich hab ne Idee, Markus, komm mal bitte her. Der hat ne Enderperle, der Homo. Komm mal bitte her, Markus. Der hat nen Bogen. Den hab ich erst mal. Den hab ich auch nicht, komm mal her jetzt. So ne schärfe Eins-Schwert. Komm mal her jetzt. Ja, was denn? Du baust dich jetzt neben mir hoch, bitte? Wie weit denn? Direkt daneben, oder was? Das hoch ist ich. Wir bauen das ganze oben, beide. 256 Block, oder was? Ne, so hoch wie ich es bin. So, bis hier, bis zu mir? Ja. Da neben bauen. Hä? Da neben mir. Ach da, warte mal, geht ganz schnell. Achtung, geh mal weg. Geh mal weg. Weg. So. Geh raus? Komm mal in Tore ein, ich holen. Wir haben jetzt nen eigenen Server. Hehehe. Hä? Der von die Trado gehostet ist. Wir bauen uns nochmal ein bisschen höher. Komm, jetzt hoch. So, 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 dass die Todeshöhe ist, sag ich mal, okay? Ne, 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 komm, da geht noch was. Ist das die Todeshöhe? Nee, 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 geht noch was. Oh, ich hab noch Holz. Ich hab noch 42 Steine. Ja, ich hab noch ein Stück noch. Ein Stück noch. Um 100 pro Verrecken, ich hab ne Idee. So, jetzt? Pass auf, jetzt machen wir es so. Was denn? Ähm. Gegenseitig. Runterspringen. Komm, ich hab keinen Bock jetzt nen Battle zu machen. Gegenteil, die runter schlagen, gleichzeitig. Geht das? Ne, du hältst dich dann fest oder so ne Scheiße. Ne, das will ich nicht. Komm, wir... Wir springen jetzt gleichzeitig runter, ja? Gleichzeitig, wirklich. Ne, hören wir aber. Wenn wir es runterfrieren, hören wir. Ja, dann mach ich aber voll alles, was ich habe. Alle Blöcke. Ja, Leute. Vielen Dank auch nochmal an Minecraft. Auch von mir jetzt nochmal. Ich kann mich ja jetzt schon mal von euch verabschieden. Ja, Kevin, ich hab halt mehr als tun. Ein Stück mal interessiert, Marc, wenn wir jetzt nichts mehr machen, was passiert denn? Ja, es geht unendlich weiter, Kevin. Toll, das soll ich aber für die nächsten zwei Jahre nicht mehr spüren, weil Kevin und Markus sind sicher nicht mehr zu lassen machen. Lass mal machen. Ey, das würde ich ja ohne Spaß dafür ja bringen, den ganzen Abend einfach Minecraft im Hintergrund laufen lassen. Egal, wenn wir doch nicht kippen. So, hab ich noch was? Ich hab noch einen Ofen. Und ich hab noch 64 Holz. Marc, du... Und 25 Erde. Du bist informant, wenn ich sehe, dass du springst, spring ich hinterher, weil du... Aber ich muss den Ofen abbauen. Okay, Markus? Was denn? Du fliegst ja länger. Wenn ich wieder zu fliegst, dann spring ich hinterher, okay? Ja. Und hier runter. Ja, hier... Da wäre ich auf jeden Fall top, wenn ich hier runter springe. Na, ich auch, glaube ich, Kevin. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, ja. Gönn mal Zeit. Ist ja nicht unendet, weil ihr blockiert werdet. Also, ich weiß, welche, dass die schon mal so ein Dorf gebaut haben. Wirklich auf so einem Dingserver. Ich weiß nicht, ob es da eine stündliche Begrenzung gibt, aber es geht auf jeden Fall mehrere Stunden. Kann es schon gehen. So, was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich noch 25 Erde. Oder ich springe auf dir drauf. Nee, nee, nee. Komm, wir springen gleichzeitig runter. Ja, da hat dann ja keiner gewonnen. Na, irgendeiner wird zuerst rechnen. Das kann ich nicht ändern. So. Habe ich noch was? Ich habe noch eine Pilzsuppe, die pfeife ich mir jetzt noch rein. Und noch ein bisschen 16 Schweine. Ich schmeiße meinen ganzen Stuff runter. Achtung. Und, Markus, ich habe eine andere Idee. Mal ganz ehrlich, mach was, Markus? Ja. Bleib und mich hier nicht springen zuerst runter. Ich will mal wissen, was passiert, wenn man gewinnt. Was passiert, ob der mal steht oder so. Ja, ja, mach mal. Dann spring ich runter, weil du nimmst ja auf. Ja. Okay, vielen Dank für die Zuschauer. In 3, 2, 1. Juhu. Ich bin auch vom Server getrennt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel gewonnen und 5 Punkte erhalten. Ja, ich habe 2 Punkte erhalten. Nice. Achso, okay. Wir müssen schon was besser machen. Wir haben gewinnt. Ja, gut. Zum Hauptmenü. Alles klar. Vielen Dank, Leute. Auf jeden Fall, dass ihr dann hier nochmal eingeschaltet habt. Und ja. Wir sehen uns nicht mehr. Also von meiner Seite erstmal. Aber von Kevin her. Ihr fangt eine neue Map an. Ja, und von dir auch machen wir es nur in Minecraft nicht. Ja, nur in Minecraft nicht. Ich werde mich auf Battlefield konzentrieren. Wenn ihr mit uns zusammenspielen wollt, nochmal schreibt es uns einfach an. Habt keine Angst. Wir beißen. Nur selten. Und wenn wir Hunger haben. Ich habe oft Hunger. Ja, ja. Klar. Ne, also könnt ihr uns gerne anschreiben. Battlefield 4 auch. Weil da werde ich auf jeden Fall welche suchen, die am Anfang das Spiel haben. Wenn ihr das habt für PC, dann schreibt uns an. Minecraft auch gerne. Und ja. Dann würde ich sagen. Vielen Dank. Auch für 128 Folgen. Oder ne. Ich habe jetzt 130, 132 Folgen, die ich aufgenommen habe. und das hat jetzt ein Ende. Ja. Ich übergebe meinen Kevin unter den Tore. Viel Spaß. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis nächstes Mal.